Hallo in Marikas Kreativstube! Ich freue mich, dass ich dir heute am Donnerstag wieder eine besondere Grußkarte vorstellen darf. Und zwar ist das eine Grußkarte mit einer besonderen Faltung vorne, die sich dann schön aufstellen lässt. Diese Karte habe ich dieses Mal als Klappkarte hergestellt und auch eine hübsche Manschette dazu gemacht, auf dem ein Gruß steht aus dem Stempelset für alle Zeit. Da habe ich dieses Blattwerk und von den Framelits dieses Blatt ausgestanzt. Diese Stanzformen, die zu dem Stempelset für alle Zeit gehört, heißt ewige Zweige. Also das ist ein Stempelset, ich glaube, das werde ich noch ewig benutzen, weil Blätter, glaube ich, kann man immer verwenden. Heute möchte ich gerne mit euch diese Karte nachbasteln. Dafür habe ich das Stempelset Tropische Träume verwendet. Dazu gibt es auch wunderschöne passende Stanzformen. Dieses Stempelset mit den Stanzformen Tropisch könnt ihr auf der Seite 36 im Jahreshauptkatalog noch vorfinden. Dieses Mal werde ich allerdings keine Klappkarte machen, sondern ganz einfach nur eine Karte, eine Grundkarte in dem Maß 10,5 mal 14,85. Wenn ihr eine solche Klappkarte herstellen möchtet, dann habt auch ihr die Maße in der Anleitung, die ihr auf meinem Blog wiederfindet. Diese Grundkarte lege ich zur Seite und eine Manschette benötigen wir noch in dem Maß 24 mal 4,5. In diesem Fall habe ich eine Mattung verwendet in dem Maß 4 mal 9,5. Hier habe ich ein Etikett in dem Maße 4 mal 9,5 vorbereitet. Und zwar mit all den Aufklebern, den man in dem Kartensortiment Erinnerungen und mehr vorfinden könnte. Leider ist dieses nicht mehr im Katalog. Heute habe ich für diese Karte mein eigenes Designpapier kreiert. Das habe ich in der Maskiertechnik gestempelt. Wer diese Technik noch nicht kennt, bitte melde dich, dann weiß ich, dass Bedarf vorhanden ist. Und dann mache ich auch dazu ein Video. Diese Mattung, oder hier in dem Fall schon mein direktes Designpapier, wird in einer besonderen Art und Weise gefaltet. Dazu nehme ich mir wieder mein Falz- und Schneidbrett. Dann lege ich bei 5 cm an, mache meine erste Falz. Dann wende ich meinen Farbkarton. Ja, bravo! Und, ja, das passiert beim Stempeln schon mal. Und ich falze bei 7,5 cm auf der Rückseite. Dann wende ich meinen Farbkarton wieder und falze bei 12,5 cm. Dann wende ich wieder meinen Farbkarton und falze zum Schluss bei 15 cm. Dann gehe ich hin und so wie ich gefaltet habe, klappe ich auch meine Falzlinie nach und falze mit meinem Falzbein nach. Die nächste habe ich ja auch wieder anders gefaltet, äh, gefalzt und da falze ich ebenfalls die Falzlinie entsprechend nach. Dann gehe ich jetzt auf die andere Seite, drehe es also und wiederhole genau da meine Falzungen. Dann ziehe ich mit dem Falzbein schön nach, wende es und falze die letzte Falz nach. Dadurch haben wir so einen Ziehharmonika-Effekt. Wenn ihr da Designpapier verwenden wollt, dann schaut vielleicht nach, dass ihr im Rapport bleibt und dann schneidet ihr 4,5, 2, 4,5, 2 und 4,5 von einem Stück Designpapier. Ich habe das natürlich umgangen in dem, dass ich mein eigenes Designpapier gestempelt habe. Ich hoffe, das gefällt euch. Auf die Grundkarte aufkleben, aber nur diese 5 cm. Die anderen Teile werden nicht aufgeklebt. Ich hole meinen Tombow, klebe diese Seite auf, weil hier am Rand auch leider verschmiert ist. Seht es mir nach. So etwas passiert auch mir. Jetzt versuche ich das natürlich zu umschiffen. So, und dann klebe ich mir dieses Teil, nur diese 5 cm, mit einer schönen Umrandung rundherum auf meinen Farbkarton auf. Drücke mit meinem Falzbein fein an. Und dann sieht unsere Faltkarte so aus, die sich dann schön aufstellen lässt. Ansonsten finde ich das noch eine sehr interessante Angelegenheit. Denn, diese Faltung ergibt dann, wenn man das auch so stehen lässt, auch so eine Dreidimensionalität. Jetzt zeige ich euch noch die Rückseite, auf der ich einen Farbkarton aufkleben möchte, in dem Maß 10 x 14,8. Da möchte ich aber sehr gerne diese Palme aufstempeln. Und die möchte ich zweifarbig haben. Dazu habe ich meinen Stemperatus vorbereitet. Ihr könnt also sehen, da habe ich das schon gemacht. Und was ich dazu verwende, das sind die Stamping-Up-Marker. Und ich habe hier einen Marker in Schokobraun und Meeresgrün. Die standen mir noch zur Verfügung. Und ich habe meinen Farbkarton schon auf den Punkt hingelegt, den ich gerne bestempeln möchte. Dann fixiere ich den. Und dann möchte ich gerne den Stamm natürlich in diesen Braun gestempelt haben. Damit gehe ich dann mit dem Marker genau nur über die Bäumchen oder die Stämme. Den stempel ich jetzt mal als erstes, damit die Stempelfarbe noch schön feucht ist. Da ist noch nicht so schön, wie ich das haben möchte. Ich wiederhole das dann nochmal. Gebe also weiterhin ein weiteres Mal Marker auf. Und so gefällt mir das. Jetzt nehme ich mir meine Platte mal heraus. Lege sie mir hin, denn jetzt würde ich es gerne mal drehen. Und werde natürlich jetzt mit dem grünen Marker die Palmblätte einbärben. Also ihr seht ja, dass ich jetzt die Platte rausgenommen habe. Dadurch verändere ich aber nichts in der Stempelunterlage. Also mein Etikett liegt immer noch da, wo es hingehört. Das ist auch wichtig. Und dann setze ich gleich nach dem Einfärben die Platte wieder in den Stemperatus ein. Und kann in grün stempeln. So, jetzt setze ich ihn wieder ein. Meinen Deckel und Stempel. Aha, wunderschön. Aber da gibt es schon noch Stellen, die ich gerne noch ein wenig heftiger haben möchte. Das ist ja auch der Vorteil, dass ich jetzt nachstempeln kann. Genau da, wo ich sage, nö, ist noch ein bisschen dünner. Was ja auch den Vorteil des Stemperatus ausmacht. Und für solche Sachen sage ich euch ganz ehrlich, für mich ein absolut wichtiges Tool geworden. explizit bei diesem Gummistempel. Denn einen zweiten Abdruck, den findet ihr nie auf dem Punkt wieder. Sieht die nicht klasse aus, die Palme. Ich finde die total schön gestempelt. Den lege ich zur Seite den Stemperatus. Nehme meine Karte. Und das klebe ich auf der Rückseite auf. So, haben wir alles erledigt. Und damit diese Karte nicht so aufspringt, also denkt dran, ihr könnt hier noch Sprüche aufkleben. Das werde ich später noch zukleben, damit diese Verschmutzung verschwindet. So, und die Manschette, da müsst ihr schon darauf achten, dass ihr die auch schön gerade falt. Dazu lege ich mal hier auf meine Unterlage meine Manschette anständig auf einem bestimmten Platz. Und darauf lege ich dann meine Karte in der Waage. Und jetzt eigentlich recht locker die Manschette drumherum falzen. Etwas lockerer deswegen, denn wir müssen sie ja über die Karte schieben können. Das ist, glaube ich, super gut. Und nun kleben wir die Manschette zusammen. Dann nehme ich an dem einen End einen Streifen, den ich mit Tombow beklebe. Und auf der anderen Seite ebenfalls nur das obere Teil. Dadurch haben wir nicht die Gefahr, dass der Tombow eventuell im Innenteil zu weit rüber rutscht. Und damit an der Karte kleben bleibt. Oh, ihr seht, die Manschette bleibt schön luftig. Jetzt gehe ich natürlich hin und gebe die Klebeseite auf die Rückseite. Wirklich schön beweglich. Und das Etikett habe ich vorbereitet in dem Farbkarton Safran Gelb. Diese Aufkleber gibt es in allen Kartensortimenten, Erinnerungen und mehr, je nachdem, welches Sortiment angeboten wird. Ich habe in diesem Fall auf dieses Etikett zurückgegriffen, habe links und rechts solche Blüten aufgeklebt. Und weil jetzt meine Kundin diese Karte geschenkt bekommt, habe ich den Schriftzug Thanks verwendet. Und innen drin oder auf der Rückseite werde ich noch dieses Wörtchen Enjoy aufkleben. Und dieses Thanks, da habe ich, wie gesagt, die Mattung 4 cm x 9,5 cm, die Ecken noch abgerundet. Und das klebe ich jetzt noch auf die Manschette auf. So ist jetzt aufgeklebt. Und fertig ist eine besondere Grußkarte. Ich hoffe, dass euch dieses Mal ebenfalls meine Grußkarte gefällt. Ich möchte bitte erwähnen, dass ich demnächst in Urlaub fahre. Und dann werden meine besonderen Grußkarten ein wenig einfacher ausfallen, dass ich mehrere in der Zeit schaffe, sodass ich euch auch weiterhin jeden Donnerstag eine neue Grußkarte anbieten kann. Wenn euch dieses Video gefallen hat, ihr müsst meinen Kanal abonnieren. Und damit ihr in Zukunft auch kein weiteres Video von mir verpasst, musst du auch auf die Glocke drücken. Wie immer, kreative Grüße aus Pulheim.